Landgraf Wilhelm IV. von Hessen-Kassel ließ sich seit Ende der 1560er Jahre von zahlreichen Fürsten und Gelehrten über die Entwicklung der politischen und konfessionellen Verhältnisse in Frankreich und den Niederlanden berichten. Unter anderem hielt er engen Kontakt zu Wilhelm von Oranien und seiner engen Umgebung. Neben dem ausgiebig genutzten Mittel gedruckter Pamphlete griff die Propaganda des niederländischen Aufstands auch noch auf das eher klassische Medium der karikierenden Zeichnung zurück. Die hier zu sehende Karikatur stellt einen Reflex auf das ewige Edikt dar, das am 12. Februar 1577 zwischen Don Juan de Austria und den Generalstaaten der Niederlande geschlossen worden war. Gegen das Edikt stellten sich rasch erhebliche Widerstände ein, weil es den niederländischen Calvinisten erhebliche Nachteile beschert hätte. Die Zeichnung verfolgt den Zweck, die Generalstaaten vor Don Juan als neuem Stadthalter zu warnen. Den Mitgliedern der Generalstaaten wird ein Schicksal wie dem Ochsen im Vordergrund prophezeit, nämlich auf der Schlachtbank zu enden. Die Vertreter der Generalstaaten erscheinen daher in jeder Hinsicht kopflos. Ohnehin schon ohne Haupt folgen sie auch noch unmittelbar dem von Don Juan geführten Ochsen blind ins eigene Verderben. Das Schlachthaus bildet den eindrucksvollen Hintergrund eines Bildes, das nicht an drastisch spart.